Das räumliche Kontiguitätsprinzip Präsentieren Sie zusammengehörige Texte und Bilder räumlich nah beieinander. Wahrscheinlich haben auch Sie eine ähnliche Erfahrung gemacht. Um sich einen komplizierten Sachverhalt vor Augen zu führen, haben Sie nach einer vereinfachenden Abbildung in einem Lehrbuch gesucht. Als Sie das Buch aufschlugen, fanden Sie eine halbseitige Grafik, gespickt mit etlichen kleinen Zahlen vor. In einer Legende neben der Grafik wurden die Zahlen der Reihe nach erläutert. Eventuell hatten Sie Schwierigkeiten mit dieser Grafik, aus gutem Grund. Denn Ihr Arbeitsgedächtnis wurde durch diese Kombination von Text und Bild stark gefordert und Sie haben den sogenannten Effekt der geteilten Aufmerksamkeit erlebt. Dieser Effekt stellt sich bei der Darstellung von Informationen in unterschiedlichen Medien, in unserem Beispiel einer Grafik und der Erläuterung in Textform, ein, die nur zusammen aussagekräftig sind, aber räumlich getrennt voneinander dargeboten werden. Im angedeuteten Beispiel standen die Erläuterungen neben der Grafik und nicht in sie integriert. Diese räumliche Trennung verlangt von Ihnen, die Informationen aus beiden Medien mental zusammenzuführen. Gemeinsamkeiten zwischen Bild und Text müssen gefunden und einander zugeordnet werden. Während Sie also über der Abbildung brüteten, musste Ihr Arbeitsgedächtnis immer wieder Kapazitäten dafür freiräumen, eine Stelle der Grafik mit einer Information zu verbinden, die räumlich getrennt dargestellt wurde, erhöhte Suchaktivitäten nach der richtigen Information in der Liste durchzuführen und die Ziffern an zwei Orten abzugleichen. Für Ihren Lernprozess entstand irrelevante extrinsische Belastung des Arbeitsgedächtnisses. Diese extrinsische Belastung wäre aber vermeidbar, wenn das räumliche Kontiguitätsprinzip beachtet wird. Dieses Prinzip besagt, dass der Lernerfolg bei einer Kombination von Text und Bildern größer ist, wenn beides integriert, also räumlich zusammen und nicht isoliert voneinander präsentiert wird. Platzieren Sie also in Ihren multimedialen Lernmaterialien Texte direkt dort in den Bildern, wohin sie gehören. Dieses Prinzip lässt sich auch verallgemeinern. Präsentieren Sie grundsätzlich Zusammengehöriges, zum Beispiel Fragen und Antworten, räumlich nah beieinander.